Ja, da kommt der Erste ins Ziel, Pepo Herney. Pepo, du hast gewonnen, nehme ich an. Du bist der Schnellste. Danke sehr. Aber warte mal auf, ich mache jetzt auch mal ein Bild von dir. Das war vor dieser schönen Nachtpanorama. Danke, danke schön. Oh, hier blinkt alles auf. Ich glaube, die Batterie ist leer. Macht's.